Und so Leute, da bin ich auch schon wieder. Warum fangen wir eigentlich immer im Lager an? Hat das irgendeinen Grund? Gibt's was in den Öfen? Ah, guck mal, Steine. Warum fange ich eigentlich echt immer im Lager an? Weiß das einer? Hm. Ich logg mich immer in meinem Lager aus. Yay, Steine. Und Eisen. Zug. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben das letzte Mal etwas am Dör... Am Dörfli gebaut. Ich würde sagen, da... Mein Helm ist gleich gut. Aha. Das lösen wir auch mal wieder aus. Ich glaube, da verziehen wir uns auch mal wieder hin. Oh, es regnet. Es regnet. Und da machen wir auch mal. Wir haben das Ding gebaut. Aber nie abgeerntet bis jetzt. Ich weiß zwar nicht, wofür wir das Zeug brauchen, aber... Hm. Warum nicht? Geht's euch gut, Flänzleys? Geht's euch. Geht's euch. Geht's euch. Geht's euch. Geht's euch. Dann verziehen wir uns einmal... In unser Dorf. Wo wir noch viel zu viel bauen müssen. Viel zu viel. Viel zu viel. Viel, 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 viel. Hallo, Stadtwache. Wo ist Stadtwache Nummer 2? Stadtwache Nummer 2? Ach, da. Hallo. Ich weiß gar nicht. Wir machen mal den Weg hier weiter. Hier runter den Weg weiter. Den möchte ich noch etwas weiter bauen. Dafür brauche ich... Steine. Steine brauche ich da. Lauf. Lauf. Und Kies. Müsste aber reichen. Oh, oh. Ich glaube, die Spitzhacke gibt gleich den Geist auf. Wehe. Wehe. Ich hab's... Ich hab'n extra vorgewarnt. Ihr konnt's einfach nicht lassen. Holz. Kriegen wir nebenbei auch wieder ein bisschen Holz zusammen. Werden wir eh hier sehr viel brauchen. Wenn dann die Häuser herkommen. Hilfe, ich bin im Baum gefangen. Geht's denn hier raus? Ja. 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 Und ich seh' schon wieder ganz viele rote Punkte auf der Map. Ich seh' schon wieder Nacht, ich will nicht immer kämpfen nachts. Nicht immer kämpfen nachts. Hier schon alles kaputt bei mir. Wir schalten mal hier nicht Schwierigkeits-Nomal friedlich. Wir machen hier mal einfach friedlich. Ich will nicht immer den ganzen Tag nur kämpfen. Die ganze Nacht immer nur kämpfen. So. Das ist die Frage. Jetzt müssten wir mal kurz ein wenig warten bis hier, wenn wir die Bäumchen weggehen. Ich will mal schauen. Entweder fülle ich die Ebene auf hier. Und ich lass' ich so und bau' die Häuser dementsprechend ein bisschen angepasst daher. Übrigens, es wird noch eine kleine Runde, eine kurze Runde mit mir diesmal. Meine Freundin kommt dann vorbei. Hm. Meine Freundin. Ja, auch Zocker haben, Freundinnen. Ich wär' ja fast dafür, dass wir den Wegner etwas weiter nach innen bauen. Ach, da ist der Stein. Erstmal auch mal ein Stück. Etwas weiter. Nicht zu weit. Dann müssen wir ja dann nach unten gehen. Schaut doch realistisch aus. Ja. Fällt gerade auf. Ah. Was baue ich denn halt für einen Schwachsetzer? So. Hier. Da sind dann die Treppenschlüfe hin. Wir bauen mal den Weg noch weiter rein. Laternen müssen wir da auch noch ein paar Heep tanzen. Ich glaub' so langsam nimmt das Dorf dann hier schon mal ein Gesicht an. Also halt zumindest einmal die Stadt planen. Wo dann was hinkommt und alles. Die Häuser bauen, das möchte ich ja erst recht spät. Jetzt muss ich erst mal das Dorf so ein bisschen vorbauen und vorplanen. Das finde ich so eine Hauptstraße. Wie wäre es so sein? Das ist mir jetzt mal so vorgestellt. So ein Bild etwas vorgestellt. Ich stelle mir da auch noch ab und zu Dinge vor, ja. Ich muss sagen aber, so ein Dorfplatz ist eigentlich schön beleuchtet. Beleuchtet. Ah. Mensch. Beleuchtet so mit dem, ähm. Mit dem Brunnen in der Mitte, der hier auch beleuchtet ist. Schaut gut aus für mich. Die Marktstände an der Seite. Wo ich dann auch Dorfbewohner auch wirklich reinsetze, mit denen man dann auch wirklich handeln kann. So. Entweder richtige Dorfbewohner, Villager. Don't take my Emeralds. Oder, ähm, man kann ja auch selber Händler machen. Aber ich weiß nicht, ob ich die erst mit Rohstoffen versorgen muss. Weil das wäre ja dann blöd. Und mit der Brücke muss ich mir auch noch was überlegen, weil irgendwie gefällt mir das nicht so grad gar nicht. Das sind Steinstufen. Das sind Steinstufen. Und hier an der Steinstufe habe ich normale Steine drüber. Aber normale Steine nicht so doll. Nicht so schön. Was ich mache denn? Ich nicht wissen. Gute Frage. Ich nicht wissen. Ich weiß es nicht. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich wäre dafür, dass wir es hier... Nein, warum muss das immer mehr passieren? Ja, okay. Dann nutzen wir aber auch mal hier das... wenn wir hier schon wieder eine kaputte Schaufel haben. Ich kann eine Steinschaufel machen. Zwei Steinschaufeln. Machen wir zwei Steinschaufeln dabei. Ach, ich weiß schon so lange keine Schaufel mehr hergestellt. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie es geht. Machen wir mal zwei Steinschaufeln. Eisen haben wir ja kein Ziel, soweit ich jetzt weiß. Oh. Oh. Aber eine Menge anderen Plunder. Echt ne? Ist das ein Haufen Plunder, was wir hier rumfliegen haben? So, dann nämlich mache ich jetzt mal hier eine Krimskram. Krimskram. So eine Kiste für Zeug, was ich dann einfach mal mitnehmen möchte. Später die stelle ich jetzt. Eichen, Äpfel, Setzlinge, Ratte, Feuerstein, das. Die Erde lasse ich mal hier, weil ich weiß ja nicht, wenn ich da auch noch Erde. So, den Kies. Die Steine, wir hätten gar keine Steine mehr herbraucht. Herren mitnehmen, hernehmen sie müssen. Dann tun wir da rein, dann das ganze Baumaterial von Wegen und all, also halt von dem Weg und so. Tun wir mal hier rein. Und das ganze restliche Geplunder. Also hier Weg. Der gehört noch, das gehört noch zu Wegen. Haben wir sehr viele Steine. Nein, die Fackeln behalte ich. Das ganze Zeug, was man von dem Weg und so braucht. Hier rein. Ich muss es jetzt mal hier ein bisschen ordnen, tut mir leid. Ich blick da nicht, sonst nicht mehr durch. So. Und die Steine, es sind ja genug, es sind ja eigentlich genug Stacks, Steine da. Oder? Dann machen wir so alles dreifach. Also dreimal drei. Das restliche Zeug nehme ich dann wieder mit. Kies. Dreimal drei. Ah, da. Da fängt es schon an. Hier haben wir nicht mehr genug. Also machen wir mal Rohholz hier oben hin. Stücke ich es da runter. Rohholz mache ich jetzt mal da so hin. Nein, aber es ist schön. Vielen Dank.